Musik 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 Schalom Aleiche Ich bin Sura Ruchl-Schächter Und ich bin Ith Jochneritz Seidbar grüßt ihr in unser Kochprogramm Esgesinterhebt Wir wollen nachhand wasen, wie es heute machen an Schulund auf Schabes Ah, einmal gehört an Emese Jüdisch und Schulund Und geschlafen nach in Schulund Und das ist etwas, was man macht an ganzen Schabes, man hebt es zu einem Erdschabes, und sie steht in Oeven auf einer stillen Feier, an der ganzen Nacht Und wenn man schmeckt so oft in der Früh, schmeckt an so ein Gild, in der Nacht, wenn man kommt zurück von Schiel, können wir dann auch nur rum, finde ich Diesmal wollen wir machen an Vegetarischen Es wird sein Paare, können wir das Essen Ihr könnt das Essen mit der Fleischigemulsart oder mit der Milchigemulsart Jetzt lassen wir ihn anheben Ich habe zwei geschnitten sechs Zibbelis, das ist eine vierteppelige Zibbelis und sechs mittelmeerlich das ist eine ein Pfund mehrerlich Das ist eine zwei Pfund Zibbelis und das ist eine Zellerie Das ist eine Ein Pfund Zellerie Das ist eine Wurzel von Zellerie und das ist, was man heute in der Alte erhebt Wenn man lernt Zellerie, in jüdischen Dokumenten heißt es eine Zellerie Als es kein nicht finden kann Zellerie ist nicht sechs, sieben Stengel Zellerie Es gibt Schäle es mit einem Messer Die Schalz ist sehr dicht Jetzt darf man jetzt nicht aufschälen Das das gefällt Ihnen schwarze Arbeit Es schmeckt sehr stark Es ist wie eine Essenz von Zellerie Ich kann das zu haken auf kleine Stücke aber das mal will ich das noch zu schneiden auf Stücke und zu haken in eine Speismaschine Zöge mal, wenn die was gereicht Schäle Schäle Ihr wollt es pulsieren und nicht, ob es werden Sie zum Schäle 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 Ich meine, dass es geht Ja Die Stücke sind wie Perlgräuten und wir wollen Sie geben Perlgräuten euch zum Schäle Jetzt haben wir eine Schüssel Es schmeckt so, es geht jetzt mit dem Zumal Ich darf das nicht auswaschen Ihr könnt das Warten nutzen jetzt für den Mehlach Pulsiert noch einmal noch zwei drei Pulsiert noch Mehlach sind noch disselhart doch ja wir machen Platz für Mehlach und jetzt alle Ingredienten verraten Mehlach Zellerie Zerschnittene Zibyllis 18 Zehntel Knobbel Nein Zerschnitten Nein ganze Upgescheilte Kartoffel Kochkartoffel das heißt Kartoffel mit in der Häuptingredient die Bebelech Zicker Bebelech Die große weiße Fasoljes Reuter Bebelech Weiße Bebelech In Perlgräupengersten Die Sachen haben sich gewägt eine ganze Nacht Ich habe sie gestellt Silmasäge auf der Nacht und jetzt ist es schön gerecht zu gehen Sie kennen so viele 18 Schuhe Sie machen nicht aus Sie werden ein bisschen grässer bis länger die Hälfte ist Es kocht sich besser und es ist gesinnter und es ist saft weniger zu verdienen Ja Aber wir ziehen zum Äuven In der größten Patern gibt sie eine halbe Teppel Maseliner Bäume Warmte Sonne und prägele ob die zerschnittene Zibyllis Sie singen Jetzt darf als die Zibyllis werden schon ein bisschen weg und ein bisschen durchsichtig gibt sie Knobbel und die ganze Stängel Knobbel zerschnittene Knobbel mit ein bisschen Salz und und süße Paprika an ihre zwei Löffel Paprika und das schwarzen gibt sie an jüdischen Tarn und das wird sein Geschmack wie ein fleischiger Schorn schwarzen schwarze Paprika und schwarze Paprika und schwarze wenn es gut ist gerächelte Paprika und jetzt die Meerelech und Seleri Tarn schwarzen und was ist dann die Tarn und die Mache kleiner dem Feier und los prägelen, 18-15 Minuten. Bescheid ihr prägelte Zibbeln, will ich auch wissen, wir sollten machen ein Kegel, was geht daran innen schon, die ganze Nacht. Ihr nehmt ein größer Zibbeln oder zwei kleine, und geschälte, ein kleines Stück, wir gehen jetzt zu muhlen. Jetzt nehmen wir die Zibbeln, in eine Schüssel. Und jetzt wird die Kartoffel zerraben. Ihr könnt jetzt eine Rehbasen, echt nicht mal eine Spaßmaschine. Ich habe sie gemacht, das ist eine größere Kartoffel oder zwei kleine, zu schnitten nach der Elf. Und jetzt zeig eine Kartoffel zur Zibbeln. Die Zibbeln. 1 Viertel Teppelbäumel 1 Löffel der Salz Hätes und zu mischen Ihr wollt, dass die Kartoffel und die Zibyl aus einem Gitt ausgemischt Und zum Sof geht ihr daran 1 halb Teppel Matze Mehl und 1 halb Teppel gewöhnliche Mehl Das wird während der Tee und wir werden dann noch daran legen wie die Kischke es daran entschuldigt und es wird unheimlich in dem Tham wenn es entschuldigt Aber seht ihr, es ist alles Gitt ausgemischt Ihr sollt nicht sagen mehr, wir sollen nicht kennen sehen kein Mehl oder Matze Mehl jetzt ist es schon fertig jetzt stellt siebter Dürbäumel und lege sie in der Top und gibt sie frisch Wasser aber sie verlieren ein bisschen Vitaminen aber es lohnt sich weil sie wollen sich und die Farben besser und die Perlgräupen und die Perlgräupen und wir wollen sie anheben kochen zu bisslch Eder man legt sie rein in einem Schollend so lieb dem, was es soll sein schon ein bissl gekocht fahrt bis Gitt sie genick Wasser soll es Gitt sie decken mit noch und halb Zoll von oben und gitt sie euch Salz an ähnlich einem Löffel Salz jetzt hat es schon gelehrt in sämtlichen Kochbücher dass man nicht zugeben Salz zu bäbeln, bis sie kochen sich schon ein paar schon, aber das ist ein nächtiger Tug. Es ist ein Saftgeschmack im Gesicht, dass es zugeben soll von Unheil, wenn nicht, wird es später davon zugeben zu viel Salz. Und es wird keinmal nicht haben, als ein vollen Reichen Town. Stell den Topp mit den Bäbeln auf eine hohe Feier, es soll sich stark kochen. Und wenn es sich stark kocht, mach ein bisschen kleiner den Feier, in der es zieh und lass es kochen, bis es wird gereht, einzustellen in euren Mittenschuland. Jetzt mischt zu neuf alle Ingredienten für den Mittenschuland. Die Grinsen, Zellerie, Zibilis, Meeren und Knobel mit Paprika. Und die schön halb gekochte Bäbeln mit Gerstenlöch. Mit dem ganzen Wasser. Mit dem ganzen Wasser. Und gebt sie zehn ganze Pfefferlech. Nicht zu mollene, weil sie wollen sich lang ein paar Mehl abkochen. Wollen sie, sie geben sehr schön Tamm und werden sehr weich. Ich will euch, sie geben eher und ganze Kartoffel. Und der Kiegel. A Tschuland una Kiegel ist wie a Feugel un a Fliegel. Und die andere Säufe, wir machen den Kiegel. Ihr wird machen die Hände nass, weil sie ist kleppig. Und macht etliche Schlangen. Sehr pushy, also ja. Lang. Ein bisschen da. Und legt das auch an, sehr. Ein paar Wolle. Noch eins. Das wird ansappen mit dem Tamm. Von dem Schund. Den wird allein sein sehr, sehr Geschmack. Und ihr wird begießen, den Kiegel. Mit dem Saft. Von dem Schund. Und jetzt ist es gleich, daran zu stellen. Und jetzt, dass alle Ingredienten seinen Scheun zu neufgemischt in Schulland. Die Kiegel eher Kartoffel. Lommereien reinstellen in Euben. Und jetzt zieht sie. Und jetzt schmecken. Warmtun dem Euben auf 250 Grad. Und scheuen. Bis jetzt ist es schon, das backt sich ein Euben. Haben wir schon noch schon, was wir im Züge gerade möchten. Und es hat gekocht eine ganze Nacht. Jetzt lassen wir es auch rausnehmen. Lassen wir es passieren. Und es schmeckt so wie gut. Und vieles ohne Fleisch. Geht? Das lassen wir nehmen ein bisschen. Lassen wir versuchen, ja. Und wir können, du willst ein Stück A öffet? Aber es nicht. Also ein bisschen für den Kiegel. Und noch ein Linsen mit der Bärbeler. In ein A. Und wir hoffen, als ihr mit der Tochter spriegt. Und der war Eskies in der Heid. In Getschaus. In Getschaus. In Getschaus. In Getschaus. Untertitelung. BR 2018